Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute wollen wir einem ganz speziellen Secret nachgehen. Oder gut, es ist glaube ich nicht wirklich ein Secret. Auf jeden Fall das Grab. Das Grab, das wir in der letzten Folge mehr oder weniger gefunden haben. Das will ich mir heute mal ein bisschen genauer ansehen. Und zwar war ja da auch irgendwas mit der Glocke. Und wir haben ja oben im Klo, das habe ich im Schnitt bemerkt, haben wir ja oben eine Glocke gefunden. Das lässt natürlich schließen, dass wir diese Glocke holen müssen. Und die irgendwie beim Grab installieren müssen. Hier auch eine? Ne, schade. Warte mal, schleiche ich? Ah ja, okay, warte, ich schleiche gerade. Den Hammer nehmen wir erstmal nicht, weil den brauchen wir ja nicht. Mach ihn mal. Ich weiß nicht, wo der Nachbar ist. Ja, komm, wahrscheinlich. Alter, komm direkt mit dem Fahrstuhl runter. Okay, auf jeden Fall versuchen wir jetzt erstmal mal hochzuschleichen. Und wenn ich oben beim Klo angekommen bin, dann werde ich euch Bescheid geben. Ja, oh mein Gott. Nein, ja toll. Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Und hier ist wieder diese Cutscene. Keine Ahnung, was ich mit der auf sich hatte, aber... Naja. Halt wieder mit dieser Straße, ne? Oh Gott, knallt schon ordentlich. Oh, völlig, Allah. Naja, keine Ahnung, Alter, das wird, glaube ich, schwierig heute. Ich weiß auch nicht, ist es schlau, wenn wir ihm hier, zum Beispiel hier in der Küche... Oh Gott. Alter, wo hat der mich denn gesehen? Oh, wie cringe. Ah, okay, war scheinbar auch an der Seite vom Haus. Okay, kommt. Wow, wow, wow. Hä, wieso kommt der näher? Hä? Hast du das gesehen gehabt? Äh, kam er plötzlich näher. Was ist mit dir? Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Alter, was war mit dem? Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir irgendwie einfach wieder reinkommen. Hinten geht ins Safe nicht mehr, weil jetzt hat er gecheckt, dass wir mehrmals versucht haben, hinten reinzukommen. Es wäre cool, wenn er kurz irgendwie ein bisschen fernsehen würde. Dann hätten wir mal freie Laufbahn, weil ich würde jetzt endlich wirklich mal nach oben kommen. Oh, ich habe ihn gerade nach vorne gehen sehen. Ach, scheiße, jetzt ist er hinten wirklich zu. Der Müllbeutel hier vielleicht noch da. Ah ja, tatsächlich. Aber das Fenster ist ja auch noch offen. Ich weiß, ihm einfach noch eine Scheibe ein. Okay, und wir das... Hä? Wieso sieht er mich denn hier? Also ich meine, es macht ja Sinn, dass er mich hier sieht, aber ähm... Wieso überhaupt? Also, Alter, er kommt schon wieder näher. Oh mein Gott. Er kommt... Alter, er kommt fast bis in mein Haus. Alter, was ist mit dir, Junge? Hallo. Mein Nachbar. Bitte geh hinten. Nein. Och, schade, Mann. Ja, okay, wir müssen uns scheinbar einfach durchs Haus schlagen. Anders geht das wohl nicht. Och, schick. Wow. Hä? Wie konnt ihr uns von da hinten sehen? Was ist mit dem? Das Spiel ist übel, Buggy gerade. Was soll das denn? Ich würde auch einfach nur... Eigentlich ja nur in den Fahrstuhl. Nein, nee, ist immer noch nicht offen. Ja, natürlich jetzt überall Kameras. Die Fenster sind wahrscheinlich auch nicht mehr offen, oder? Doch. Hä? Das ist ja übel geil. Wuhu! Wuhu! Oh mein Gott, es hat gereicht. Was? Ich glaub's ja nicht. Okay, direkt verstecken. Direkt hier in den Schrank, Alter. Oh, lol. Was? Wie es einfach geklappt hat. Was ein scheiß Glücks, Junge, ich auch bin. What? Wie weiß er, dass ich hier drin bin? Wie? Ja, Junge, verpisst er sich auch mal, oder? Hä? Was ist mit dem? Ja, okay, er geht wieder. Bitte geh runter. Ach, das ist jetzt scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob er runtergegangen ist. Oder ob er noch hier irgendwo chillt. Komm, no risk, no fun. Hä, wie kann man denn Dings blockieren? Okay, ist ja eigentlich auch egal. Wir haben jetzt hier die Glocke. Und das ist ja das Ziel eigentlich. Also. Oh. 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 What? Okay. Das Gute ist, wir wissen jetzt, okay, er ist oben. Das heißt, wir können jetzt hier am vornherein. Scheiße. Geil, der will safe nicht hier reinkommen. Okay, und da ist jetzt eine Glocke jetzt an diesem Rohr. Das heißt doch, wir müssen das hier ran machen. Die ist nicht. Hä? Er sieht mich nicht. What? Ach, nee, nicht wieder verstecken. Hä? Das ist übel weird gerade, das Spiel. Was ist los? Zuerst hat er mich gar nicht gehandelt. Und dann plötzlich kam er rein und trau mich so auf, ach, jo, Junge. Ne, wie geht's dir? Ah, nee, du bist ja böse. Also hier haben wir kurz umentschieden, Alter. Ach, Mann. Die Glocke ist jetzt safe weg, oder? Oh, muss ich die jetzt nochmal holen? Ey, heute ist übel schwierig, ey. Was ist denn los? Soll ich sowieso immer die Kameras abwerfen hier? Pfff. Ihr wisst, ich bin Michael Jordan, sein Urgroßvater, Alter. Okay, die Frage ist, wo sind die... Wow. Alter, bin ich erschrocken. Die Frage ist, wo sind Kameras? Leute, die Kiste fliegt einfach durch und durch. Okay, dann wird das auch getestet. Okay, Leute, also ich würde sagen, erste Priorität ist jetzt erstmal, dass wir die ganzen Kameras irgendwie defekt machen. What? Hä, was ist denn los, Alter? Alter, er kommt einfach schon wieder. Hä? Was? 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 Alter, was ist denn los? Ähm, Polio? Kannst du dich... Hallo? Ähm, Nachbar? Hallo? Kannst du dich bitte mal verpissen? Hä? Was ist mit dem? Alter, ist das creepy. Ich meine, Horrorspiele an sich sind ja schon creepy, aber wenn die dann noch rumwagen und nicht funkt... Hallo? Stimmt, der war eigentlich ein Fenster eingeschlagen. Das teilst du, mein Junge. Kommt der jetzt nicht? Leute, ich hab das Spiel kaputt gemacht irgendwie. Boy, that escalated quickly. Hä, kommt der nicht? Okay, er hantet mich, aber er kommt nicht. Hä? Wir haben ihn einfach verpackt. Nee, er kommt nicht. Er kommt nicht. Hä, das ist ja übel geil. Wo sind die denn überall Kameras, Alter? Hier oben, hä? Wie bist du da hingekommen? Okay. Okay, also, keine Ahnung, also scheinbar ist er ja jetzt stuck. Oh mein Gott, stopp, Bro, I'm stuck. Can you help me? Hä, das ist ja auch noch eine Glocke. Warte mal, können wir uns jetzt hier eigentlich mal in Ruhe umsehen? Das haben wir noch nie so richtig gemacht. Dann kommt das mit dem Grab halt in der nächsten Folge. Okay, die Tür hier, genau, das Exit. Warte mal, wenn der doch jetzt verpackt ist... Ah, er hat die drin auch noch eine Kamera aufgestellt, Alter. Wenn wir jetzt das Ending öffnen, kann er ja nicht da raus. Das heißt doch, wir könnten in den Keller, oder nicht? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was gibt es denn hier so alles? Gibt es hier irgendwas Spezielles? Meine alter Bären fallen überall, alles klar. Gibt es hier einen goldener Apfel, Alter, wie in Minecraft? Wer übeln da ist. Keine Ahnung für was, aber egal. Ja, hier haben wir schon alles durchsucht in der Küche. Hier ist eine Puppe. Alter, was ist eigentlich mit diesen Puppen los? Die sind, also... Hä? Was ist hier für ein Raum? Wieso kommen wir da nicht rein? Hier ist das... Lol, er hat die Türen verbarrikadiert? Ach so. Alter, wie viele? Das ist ja auch... Hä? Er ist ja komplett ausgerastet. Da ja auch. Ja gut, ja, das war ja klar. Was hat es mit diesem Ofen? Können wir auf kalt? Oder auf warm? Was macht das? Oh, das können wir auch öffnen. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Unterschied macht. Wir lassen uns mal auf warm. Ähm. Ja, also... Ja, wir haben jetzt das Haus eigentlich... Wir haben Sturm frei. Okay, Leute? Okay, die Glocke ist auch weg. Ja, ja. Egal, das werden wir in der nächsten Folge ansehen, weil die Glocke konnten wir da ranhängen. Dann das... Also das war ja doch schon ein richtiger Ansatz. Alter, mach ich mal raus. Oh Gott. Ey, heute ist irgendwie alles verpackt. Okay, das Tor... Will ich auch mal kurz... Funktioniert das? Also irgendwas hat gerade Sounds gemacht. Also irgendwas ist gerade passiert. Aber die Frage ist nur, was? Weil das Tor hat sich ja... Ja, ob ich es nicht bewegt. Ah, jetzt geht... Hä? Wieso ging das zuerst nicht? Naja, okay. Also der Nachbar chillt auch noch dort. Ich glaube, es sind hier denn überall Kameras. Alter, ich check's nicht. Okay, also ich kann mich irgendwie noch tracken, aber... Ich kann mich halt nicht mehr bekommen. Das ist halt nice. Was ist eigentlich hier drüben für ein Raum? Hier drüben ist irgendwie gar nichts, oder? Was ist das eigentlich für ein Bild, Alter? Oh. Was ist das für ein Bild, Alter? Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Wo ist der Fahrstuhl? Ach hier. Okay, dann gehen wir mal in den zweiten Stock. Hier kommen vielleicht... Wie funktioniert das eigentlich? Welcher Knopf muss ich denn drücken? Funktioniert der Fahrstuhl nicht mehr? Hä, guck mal, da unten sieht man auch durch. Hä, ist der Fahrstuhl kaputt? Also ich drücke gerade... Ey, es passiert nichts. Ich drücke linke Maustaste. Es passiert nichts. Und rechte Maustaste auch nicht. Was wirst du, wenn wir in den ersten Stock gehen? Hä, der Fahrstuhl ist kaputt. Ja, wie sollen wir denn jetzt hochkommen? Das ist schon mal der Nachbar, oder? Und das ist... Keine Ahnung, ja. Naja, schwarzer Rabe. Oh Gott. Ey, ich schmeiß alle Bilder runter. Was ist denn? Wir könnten mal noch versuchen, dieses Jump'n'Run... Ich esse auch das Bild. Dieses Jump'n'Run hier zu machen. Ähm. Ja. Oder das Spiel stürzt natürlich ab. Das ist auch eine Option. Oh Gott, Leute. Ey, was war das denn heute auch für eine Folge? Ey, komplett buggy. Naja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abba da. Und dann würde ich sagen... Also, Tipps und Tricks immer in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.